Oh, die Nachrichten. Mal sehen, was es Neues gibt auf der Welt. Huh, leu ich mich. Schuhe, Schuhe, ich will die Nachrichtin sein. Ruh, Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ach, der Kaffee am Morgen. Er vertreibt Kummer und Sorgen. Jetzt der Kaffee zu stark, wirst du nicht erst mal hier. Tag. Ja, schön, dass ich dich erreiche. Sind wir heute Abend bei Moritz? Ja, bei Moritz. Trinken wir einen, ja? Ja, alles klar. Dann sehen wir uns später. Tschüss. Ja, bis später dann. Aber warum? Ah, ist gesperrt. Ah, ich kriege einen Ruh, einen Ruh. Ja, ja, mach mir fertig, wenn ich komme zu dir, ja? Fliege und kannst auch ein bisschen Turschie drauf machen. Ja, kein Problem. Mach du aus, ich weiß nicht, wie man ausmacht, ja? Kein Problem. Hi, aus der Meldung. Tschüss. Rechnung von zwölf Euro. Klar, überweise ich direkt heute. Schon wieder eine Rechnung? Schon wieder eine Rechnung normal? Normale Rechnung, wie viel? Zwanzig Euro. Zwanzig Euro. Klar, Handyrechnung für meine Kinder. Zwanzig Euro. Oh, ich überweise euch das Geld. Nein, nein. Ich nehme meine Seele und überweise meine Seele. Nein, besser, meine Seele und mein Geld. No, besser. Ich gebe direkt meine Bankkarte und meinen PIN. Braucht ihr nie wieder Briefe zu senden. Nur, nur Rechnung am Zahlen hier. War wert, zwanzig Euro? Ich habe nicht mal zwei Euro in der Tasche, Brennaum. Volltreffer. Tut mir leid, Fliegelein. Aber meine Wohnung ist sauber. Du findest hier keinen Dreck. Ah, ah, Koyer, wo bist du? Wo bist du, Bödelfliege? Koyer, Mist. Da wirst du. Ah, nja, nja, nja. Danke. Danke. Danke.